Hand und ja, ich spiele PvE, äh PvP meine, Entschuldigung, und ja, wir haben so ein paar schöne Aufgaben im Zuge des Halloween-Events, im Zuge des Halloween-Events, und ja, mal gucken, wie weit ich komme. Mann! Ach, scheiße! Warum ist meine Scheißsteuerung wieder umgestellt? Ich hasse das, jedes Mal, wenn ich ein Spiel neu installiere. Danke, Mann, ich hasse es doch. So, was wollte ich machen, ursprünglich, bevor ich so unterbrochen wurde. Äh, da ist das Ziel, wer dort. Wo ist hin, was? Ach, wieder viel zu viel Kass. Soll ich zum Assassinen gehen? So, dort, ne? Ja. Komm, ich geh zum Assassinen. Oh. Oh! Oh! Mann, ich hab... Was ist mit meiner Maus los? Ich hab hier mal mega den Scheiß... Scha... äh... Mega daneben geschlagen aktuell. So... Das wollte ich auch. Mann, ich hasse es. Hallo. Hallo. Ist meine Maus denn so übertrieben sensibel? Ich hab die nur auf zweiter Stufe still von der Empfindlichkeit. Was passiert hier? Ich... Ich mach mir alles weg. So... So... Ach... Ich bin aktuell aber auch wirklich wieder. Ich muss auch. Ich bin jeweils ein... Ich bin schon mit... Ich bin schon mit einem Schlagen. Ja, fucking hell, ey. Bitch. Hätt ich mir das mal vorher reingedrückt. Keine Ahnung, wo der war. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich wusste ja irgendwo da sind, wo ich mich sehen konnte. Von daher. Ich hab das hier auch noch. Ich hab das hier. Fuck. Da müsste er, glaub ich, drin sein. Fuck. Fuck. Wo ist mein Jäger? Irgendwo da bin. Scheiße, das Retter weg. Fuck. Ach, ich hab gewusst, woher es kam. Es kam halt von links. Aber ja, von wo hat er mich? Ja, von da. Stand hier, zack, da. Ich wollte zurückrennen noch. Aber ich hab's nicht geschafft. Ja, passiert. Nee, ich hab's nicht auf den, wenn ich meinen Geist gehst. Ich hab's nicht verringen. Ich hab's nicht verringen. Aber ich hab's nicht verringen. Ich bin tot, sobald ich hier rein springe. YOLO! Hat der mich jemals zum Aufheben gehabt gerade? Da war es doch. Da war es doch. Wo ist die Spinne? Da. Da. Da war es doch. Da war es doch. Ach ne, das war eine Reflektion. Oh Gott. Oh, da ist eine Schwammhuter. Ich muss davon welche töten. Da war es doch. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Oh, scheiße. Muss mich wieder komplett in Steuerung herangewöhnen, Leute. Und ich bin kein Mensch, der gut auf der Nachtkarte ist, wohl gemerkt, ne? Ist das irgendwo Heilung? Ah, stimmt, ich kann mich ja nicht hören, weil ich keinen Knutzen mehr habe. Stimmt, da war ja was. Oh. So. Komm, lauf, lauf, lauf. Ach, fuck. Da geh ich da hin jetzt, ganz ehrlich. Oh, shit. Fuck. Ich hab natürlich ein schönes Plätzen rausgesucht, um hier reinzusteigen. Ich hab natürlich ein schönes Plätzen rausgesucht, um hier reinzusteigen. Ich beteide. Ein Pölers. Da ist die Spinne Ich höre die Spinne hier Irgendwo ist hier auch ein Jäger Lichter mit Dorf verbannt Ich habe keine Scheiße Ich habe nicht mehr zum Werfen, oder? Ich bräuchte ne ähm Ich muss doch irgendwo was zum Werfen geben Irgendwie Feuer Denkst du Fuck 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 Ich habe keine Scheiße Ich bin nur bei mir Was ist das? Oh ja Das habe ich natürlich nicht Hat sich spuckt der Scheiß Fuck 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 Leute Jetzt hat mich der Scheiß Grunt getötet Ich kriege jetzt kotzen Leute ich würde sagen an dieser Stelle Es ist peinlich Ich wurde von Grunt getötet Leute ich würde sagen an dieser Stelle Wir sehen uns in der nächsten Folge von Hand wieder Bis dahin Ciao Leute Danke fürs Zusehen Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020